Hallo an alle, wir sind beim ZDF Fernsehgarten. Wir freuen uns sehr mit unseren aktuellen Single Sinfonia da Morde. Man sieht hier das Devo 17. Mai 2009. Und die Claudia ist drin, ich habe Autogramme, ich würde gerne mal gucken. Da ist sie. Claudia, was sagst du? Hi. Hi. Jetzt bin ich fleißig am Schatten, wie zu? Ciao! Ciao, ciao, ey, dann! Hast du, du bist aufgenommen? Hi, Sanna! Das ist die Sanna. Hi! Was machst du da, Trina? Trina, ich bereite schon mal alles vor, damit ich später irgendwie reingehe. Die faule Sau hat es nämlich gestern nicht unterschrieben und jetzt muss sie alles... Der fleißige Einschüler hat alles unterschrieben und die faule Sau hat es gestern verpasst, weißt du? Aber ich kenne sie ja schon seit mindestens 14 Jahren und sie hat sich nicht geändert. Sie ist immer a little bit laid back. Mein Engelchen, was können wir denn... Also darf man bei euch, darf man bei euch in der Schlagerszene eine Kippe rauchen, darf man das? Ist es erlaubt? Du darfst alles. Du darfst. Aber ihr dürft es nicht mehr. Ich gehe dann mal nachher eine Kippe rauchen. Vielleicht mit der Claudia auch. Ich weiß es nicht. Kann sein, muss aber nicht. Ich lege mal die Tasche ab, Claudia. Alles klar, seiner. Dann sehen wir uns gleich. Und dann komme ich gleich wieder. Aber du darfst ja nicht mehr da sein, weil da werden ein paar Sachen passieren, die sind immer jugendfrei. Das wollen wir nicht sehen. Das will kein Mensch sehen. Ich kann schon meine eigene Schrift langsam nicht überlesen, aber kann man machen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, wir freuen uns sehr auf den Fernsehgarten. Wir werden berichten, ihr werdet uns folgen und mal sehen, wie das alles so backstage hier abläuft. Bis später. Da ist mein Mann, da ist die Cousine, das ist der, das bin ich. Das ist Ben Öff. Das ist Vito. Meine beste Hälfte hier. Bessere Hälfte. Meine beste Hälfte und die bessere Hälfte. Und die schlankere Hälfte. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, dass ich das immer wieder sagen muss. Nee, aber ich habe abgenommen. Ja, die Buddi. Die Buddi. Ja, das ist meine Mama. Hier. Buddi, Kamera. Mit meinem besten Stückchen. Das ist die Mama. Verstehst du? Verstehst du? Mach mal zu. Wenn ihr ein Problem habt. Verstehst du? Ja, das ist die Mama. Ich bin der Papa. Kommt zu, ich bin der Papa. Ja, es ist die Mama. Das ist die Mama. Und meine Mama ist sie, Laura. Ja. Sag mal Laura, ihr braucht euch alle? Das Album Mader, Mader. Ich habe das Album Mader, Mader. Und nicht downloaden. Und nicht downloaden, ihr Vögel. Und nicht downloaden, ihr Vögel. Hi, ich bin die Klara von Vestibon. Das ist meine kleine Nichte, die Laura. Und die hat euch da draußen was zu sagen. Kommt euch alle das Album. Mader, Mader. Ja, okay, nochmal, nochmal, nochmal. Zusammen. Komm, wir machen die beiden. Kauft euch alle das Album. Mader, Mader. Und die Vögel. Liebe, hier sind der Stivo mit ihrer Sinfonia d'Amore. Sinfonia d'Amore 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020